Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer sehr schlechten Info. Es betrifft die letzte Folge Starvation, Folge 219. Da hatte mich heute Mittag direkt nach Release Elite Paar angeschrieben auf Twitter, dass der Ton 2, 3, 4 Sekunden asynchron ist. Daraufhin habe ich die erstmal privat geschaltet, dass da keiner mehr das Elend ertragen muss. Ich dachte mir, gut, guck es dir direkt nach Feierabend an. Wir haben jetzt viertel nach fünf oder zwanzig nach fünf. Ich bin gerade nach Hause, hab noch meine Jacke an, hab mich da direkt rangesetzt. Ich muss auch gleich wieder los, hab heute längeres Programm, deshalb stimme ich heute auch nicht. Und dachte mir, gut, kann ja jetzt so schwierig nicht sein, selbst wenn ich die Originaldateien nicht mehr habe, weil ich die einmal die Woche lösche, um auch ein bisschen Platz auf der Festplatte zu schaffen. Weil selbst wenn ich die nicht habe, kann ich ja zur Not noch genau die, die ich hochgeladen habe, nehmen. Und du hast ja so eine Bildspur, eine Videospur, eine Audiospur. Und dann schiebe ich die sonst halt so ein bisschen kurz und quer, dass das wieder passt und dass das synchron ist. Dann habe ich die geöffnet und mir angeguckt und festgestellt, wow, Audio ist ja viel, viel kürzer als das Video. Da fehlen mir ja vier, fünf Minuten Ton. Dann dachte ich mir, okay, gut, schiebst du das halt vernünftig hin. Dann ist das Video halt ein paar Minuten kürzer, dann war da halt irgendwas schief. Und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht die Audiospur aus Folge 219. Ich habe in der Folge von 219 den Ton von 218. Die Originaldateien sind nicht mehr da. Ich habe zwar hier so ein Undelete-Programm, aber mittlerweile haben wir ja auch den sehr geilen Mittelalter-Mod, der ab morgen kommt, den ich euch ganz gerne ans Herz legen möchte. Ist wirklich cool. gespielt und dann sind da natürlich viele andere Dateien hingekommen, die dann den Platz eingenommen haben. Unterm Strich, ich kriege den Ton nicht zurück. Ich könnte jetzt rein theoretisch, könnte ich Asrak irgendwie fragen, ob er mir den Ton von seinem Video gibt. Das ist aber auch immer ein bisschen blöd, weil wenn er gerade irgendwie schießt und ich nicht, dann hört ihr direkt Schüsse, als wäre ich es gewesen, obwohl ich es nicht war. Im Moped, andere Geräusche etc. Ich weiß gar nicht, ob ich Asrak jetzt gerade A erreichen würde. B muss ich gleich wieder los. Das heißt, selbst wenn ich die kriegen würde, wird das irgendwie sehr, 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 sehr spät werden, bis das Video überhaupt da wäre. Ich würde es jetzt gerade mal anders vorschlagen. Also ich schalte das Video jetzt wieder auf Sichtbar. Der Ton passt nicht. Schalte den Ton aus. Das ist der Ton aus Folge 218 in der 219er. Entweder guckt ihr das Video direkt bei Asrak. Falls ihr aber sehen möchtet, was ich denn dann auch so treibe, öffnet die doch beide. Oder ihr spielt mein Video ab und ihr spielt Asrax Video im Hintergrund ab. Irgendwann wird das so ungefähr passen mit dem Ton. Was besseres fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht ein. Oder guckt beide gleichzeitig und macht meinen Ton aus. Ist ein bisschen doof gelaufen, kann ich nicht ändern. Ich muss mich da wahrscheinlich irgendwie verklickt haben oder ich muss die Audiospur falsch benannt haben. Und habe dann gesagt, pack mal mit rein, dass ich die 198er irgendwie gespeichert habe unter 199. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. Das kommt so glücklich selten vor. In der Regel mache ich das eigentlich recht konzentriert. Das ist auch übrigens genau der Grund, warum ich ungern dann so bis elf, halb zwölf streame. Weil ich das immer an demselben Abend noch mache und da meistens noch bis halb eins, eins dran sitze. Damit das dann auch, im nächsten Tag habe ich womöglich dann auch keine Zeit. Ja, ist doof, dass die letzte Folge war. Allerdings muss ich sagen, ist in der Folge auch nicht so viel passiert, wie ich eigentlich hätte wollen, dass passiert, sage ich mal. So, im Mittelalter-Mod passiert viel mehr. Okay, ich lade das jetzt hoch, ich schalte die Folge wieder frei. Ich werde in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar nochmal Asrax-Folge verlinken. Und dann müsst ihr gucken, was ihr draußen macht. Okay, gut, aber schön, dass ihr so lange dabei wart. Ich wünsche euch was. Morgen geht es dann hier weiter mit Mittelalter-Mod. In 7 Days to Die, der ist ziemlich cool. Okay, bis dann. Tschüss.